Kommt nächste Woche schon wieder die nächste brutale Hitzewelle auf uns zu. Manche Wettermodelle zeigen ja heute an, dass es sehr heiß werden soll, dass schon wieder Sahareluft auf dem Weg zu uns ist nächste Woche. Aber wie zuverlässig ist denn das überhaupt? Also wenn das so passieren würde, wie hier angezeigt, dann würden die Temperaturen in die Höhe gehen. Also hier sieht man Temperaturen von 40 Grad über 40 Grad in der Lüdeburger Heide und auch am Oberrhein, also vielleicht sogar 42, 43 Grad Rekordwerte. Naja, dazu muss man sich die Wettermodelle genauer anschauen. Wenn wir hier mal drauf gucken auf diese Grafik, dann sehen wir mehrere Wettermodelle und auch die sogenannten Ensemble-Rechnungen dazu. Das bedeutet, dass wir sehen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass diese Lösung, die wir gerade gesehen haben, eintritt. Und das ist eindeutig diese blaue Linie, die sogar außerhalb dieser Ensemble-Prognosen liegt. Das bedeutet, Ensemble-Prognosen sind ja immer Extraläufe, also bis zu 40 zum Beispiel, 40 Extramodelläufe mit leicht veränderten Eingangsvariablen, die dann sozusagen einen großen Fächer aufmachen von möglichen Lösungen. Und hier sehen wir ganz klar, okay, also dieser Hauptlauf, den wir da haben, dieser blaue Lauf, der ist sicherlich nicht zuverlässig. Und das bedeutet, die Prognose für nächste Woche über 40 Grad ist einfach mal falsch, aus jetziger Sicht. Was natürlich nicht ganz unrichtig ist, ist, dass es warm wird. Aber das sieht man hier. Ja, es kommt wieder eine warme Luftblase zu uns und ja, es wird auch wieder heiß, möchte ich gar nicht bestreiten. Aber 40 Grad sind das noch lange Licht, da gibt es mal 35 Grad am Rhein. Aber in weiten Teilen des Landes würde es wohl eher sommerlich werden, aus jetziger Sicht. Das heißt, man sollte jetzt noch keine Panik machen, dass vielleicht in der nächsten Woche wieder eine riesige Hitzewelle losgeht. Nein, man sollte vielleicht aufs Wetter schauen und ein bisschen den ruhigen Kopf bewahren. Es wird warm, es wird sommerlich. Vielleicht wird es auch heiß, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Das wissen wir vielleicht in ein paar Tagen. Die besten Feuersagen für Ihren Ort finden Sie auch bei Sonnenskamp.